Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Netzkaiser. Ich dachte mir, heute erzähle ich mal von zwei Pflanzen, die ihr eventuell auf eurer Fensterbank stehen habt. Okay, die eine Pflanze ist der Weihnachtsstern, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Die andere Pflanze ist der Christusdorn. Und ja, warum nehme ich diese beiden Pflanzen, fragt ihr euch vielleicht gerade. Ja, diese Pflanzen sind sehr eng miteinander verwandt. Es sind beides Euphorbien aus der Familie Euphorbia CAE. Aber nicht nur das, sie sind sogar die gleiche Gattung. Sie heißen nämlich am Anfang beide Euphorbia. Der Weihnachtsstern heißt dann Euphorbia Pulcherima. Und der Christusdorn heißt Euphorbia Milii. Und ja, Euphorbia Pulcherima. Pulcherima ist lateinisch und bedeutet wunderschön. Also wunderschöne Wolfsmilch. Euphorbia heißt Wolfsmilch. Und ja, dieses Euphorbia Milii. Milii heißt Hirse. Ich habe es versucht herauszufinden. Ich weiß nicht, warum diese Pflanze übersetzt. Hirse Wolfsmilch heißt. Ich habe keine Hinweise gefunden. Vielleicht wächst die in Hirsefeldern. Wenn das jemand weiß, schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Gut, vielleicht ist euch noch was anderes aufgefallen. Die haben nämlich noch eine andere Gemeinsamkeit. Ja, und zwar blühen die beide jetzt zu dieser Zeit. Darum sind sie jetzt ja wahrscheinlich auch auf eurer Fensterbank. Und das hat einen bestimmten Grund. Und das sind Kurztagpflanzen. Das bedeutet, wenn die Tage kürzer werden, die Pflanze merkt das ja, dass weniger Sonnenlicht kommt. Und dass es abends früher dunkel wird. Weil die Blätter die ganze Zeit Licht aufnehmen. Um die Photosynthese zu betreiben. Und wenn jetzt die Pflanze merkt, das ist unterschritten. Die Dauer des Tages hat eine bestimmte Zeit unterschritten. Dann fängt sie an, sich darauf vorzubereiten, zu blühen. Ja, warum machen Pflanzen das? Ja, warum blühen Pflanzen, ist vielleicht mal die erste Frage. Pflanzen blühen, damit Samen entstehen und aus den Samen wieder neue Pflanzen kommen. Ja, das ist so ein Trick. Wenn die jetzt im Winter blühen, wenn die Tage kürzer werden, viele Pflanzen gehen in dieser Zeit zurück. Das heißt, der Boden ist nicht ganz leer. Aber insgesamt sind die anderen Pflanzen alle zurückgezogen. Die anderen Pflanzen haben während dieser Zeit nicht selber blühten. Und dadurch sind halt besonders gute Voraussetzungen für diese Blumen. Naja, was heißt besonders gute Voraussetzungen? Meistens ist es ja im Winter so nicht so optimal. Sonst würden die anderen Pflanzen das ja auch machen. Weil zum Beispiel in unserem Breitengraden, darum gibt es in unserem Garten keinen Weihnachtsstern, ja, der würde ja nicht wirklich überleben, sondern der könnte sich dann ja gar nicht fortpflanzen, wenn der immer die Samen in den Schnee werfen würde. Aber jetzt zum Beispiel in Spanien schon, da wächst der Weihnachtsstern auch als Unkraut. Und da kriegt er dann im Winter seine Blüten. Und dann fallen die Samen auf die Erde. Und da wächst nicht irgendwie Unkraut oder was, sondern die Samen haben freie Bahn. Da ist Licht ohne Ende. Das ist einfach der Hintergrund. Das ist ein Vorteil, wenn man keine anderen Pflanzen im Weg hat. Dann kriegen die jungen Pflanzen von Anfang an mehr Licht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig von den Temperaturen in manchen Breitengraden. Aber gerade viele Pflanzen, die so in dieser Nähe vom Äquator leben, wachsen, die haben das. Weil sie dann einfach einen Vorteil haben, indem die anderen Pflanzen nicht auch versuchen, sich in der Zeit fortpflanzen zu vermehren, auszusehen. So, ja, in der Hinsicht sind die Pflanzen beide gleich. Es gibt aber noch was. Ja, die Pflanzen sind interessant. Tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen länger dauert. Ihr könnt schon mal die nächste Sendung verschieben, genau. Die haben Hochblätter, oder der Fachmann sagt dazu auch Brackteen. Also, wenn ihr den Weihnachtsstern euch anguckt, dann denkt, dann seht ihr ja immer diese roten Blätter. Und viele denken dann, die roten Blätter sind die Blüte. Das stimmt nicht, sondern die Blüten sind in der Mitte das ganz Unkleinschein, das ganz kleine Unscheinbare. Ja, dieses ganz kleine Unscheinbare in der Mitte, das sind die eigentlichen Blüten. Die sind jetzt so klein und unscheinbar, wenn die Blüten so klein sind, dann macht die Pflanze das manchmal, dass sie andere Blattteile, dass sie normale Blätter umändert. Und diese normalen Blätter ändern dann ihre Form. Das nennt man Blattmetamorphose. Das macht halt der Weihnachtsstern, das macht auch der Christusdorn. Und in der Mitte sind dann ganz kleine Blüten und drumherum sind diese Hochblätter. Das sind einfach ganz normale Blätter, in denen kein Chlorophyll mehr drin ist. Chlorophyll ist der grüne Blattfarbstoff, der die anderen Blätter grün macht, der dafür sorgt, dass die anderen Blätter Photosynthese betreiben können. Der fehlt in diesen Hochblättern. Und wenn er nur fehlen würde, wäre der Weihnachtsstern weiß. Es gibt ja auch Weihnachtssterne, die weiß blühen. Aber jetzt hat die Pflanze die Möglichkeit, auch noch so einen roten Farbstoff da reinzuleiten, in die Blätter. Und wenn er das macht, wenn die Pflanze das macht, werden die Hochblätter rot. Dann haben wir einen roten Weihnachtsstern. Ja, die anderen Farben, die es so gibt, sind zum Teil sehr interessante Züchtungen. Sehr vorsichtig wäre ich immer mit Blau. Blau ist in der Regel, also blaue Pflanzen gibt es nicht wirklich viele. Und Blau ist selten, dass Pflanzen blau sind oder blau blühen. Blau sind die natürlich nicht, sei denn ihr gießt die mit einem Kasten Bier. Also, dass die Blüten blau sind, das ist eher die Seltenheit. Also, weil das nicht so ganz einfach ist, für die Pflanze blaue Blüten hervorzubringen. Und blaue Weihnachtssterne sind gefärbt. Also, ich kenne noch keinen blauen Weihnachtsstern, der so gezüchtet wurde. Ist auch bei ganz vielen anderen Blumen so. Jetzt, wenn man mal so von Rittersporen und den Ausnahmen absieht, es gibt nicht viele Pflanzen, die blau sind. Und das ist wirklich schon so eine Art Wunder der Natur, blaue Blumen. Kann man echt fast so sagen. Erwartet das mal nicht, dass das in den nächsten 10 Jahren gezüchtet wird. Vielleicht kriegen sie es in den nächsten 100 Jahren hin. Ja, die haben dann halt diese Hochblätter. Das sind wirklich ganz normale Blätter, aber die sind umgewandelt. Wo wir jetzt gerade dabei sind, kann ich das ja nochmal zeigen. Hier beim Christusdorn. Der hat jetzt hier ja so Dornen. Und das ist auch eine Blattmetamorphose. Diese Dornen sind ursprünglich auch Blätter gewesen. Oder genetisch sind sie quasi Blätter. Ich finde das zum Teil wirklich schwierig zu verstehen. Das ist so wissenschaftlich. In einem gewissen Bereich muss man es einfach glauben glauben oder sich wirklich so intensiv mit beschäftigen, dass man es sich selber beweisen kann. Aber so weit bin ich selber noch nicht. Also das sind biologisch gesehen eigentlich Blätter. Oder obwohl, ich bin mir jetzt nicht sicher, es könnten auch Tängel sein. Also die Dornen, das ist verschieden. Bevor ich jetzt abschweife. Wie gesagt, das sind Blätter, die umgewandelt wurden, damit, wenn jetzt Tiere kommen, die den Christusdorn nicht auffressen. Wenn jetzt so eine Ziege kommt und die muss sich entscheiden, fresse ich den Christusdorn oder fresse ich den Löwenzahn, dann wird sich er für den Löwenzahn entscheiden. Und jetzt bin ich mir wirklich beim Christusdorn nicht sicher. Das ist, glaube ich, eine Frage der Diskussion. Aber der Christusdorn hat ja normale Blätter auch. Aber der Christusdorn hat im Stamm auch Sukkulenz. Also der hat hier Spross-Sukkulenz wie ein Kaktus. Und er hat auch hier Stacheln oder Dornen. Und darum bin ich mir wirklich nicht sicher, ob man beim Christusdorn schon von einem Kaktus sprechen kann oder ob man es noch Sukkulente nennt. Wobei dagegen, dass man es Sukkulente nennt, sprich, dass die Blätter, die diese Pflanze noch hat, die sind nicht Sukkulent. Die sind ganz normal. Die sind nicht... Also für die Leute, ich spreche vielleicht gerade an euch vorbei. Also Sukkulenz bedeutet, dass Sprosse oder Blätter so verändert werden, dass sie dicker werden und Wasser speichern können. Das kennt man von Sukkulenten. Die werden so genannt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr wisst, was das ist. Talerbaum kennen wahrscheinlich die meisten. Und bei Kakteen kennt man das. Kakteen haben immer einen Sukkulenten Spross. Und ja, da können die Wasser drin speichern. Das ist meistens ein Anzeichen dafür, dass sie aus warmen Regionen kommen, in denen es nicht regelmäßig regnet und in denen sie das gebrauchen können. Insofern eignet sich der Christusdorn auch sehr gut für Menschen, die das Gießen ab und zu vergessen. Was ich jetzt vor kurzem erfahren habe, was ich aber noch nie ausprobiert habe, es soll auch nicht so gut sein, den Christusdorn im Winter zu gießen. Ich werde das dieses Jahr mal ausprobieren, den nicht zu gießen. Er soll es angeblich überleben. Er soll dann alle Blätter abwerfen. Das heißt angeblich, ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich frage mich halt nur ein bisschen, der kann dann ja keine Photosynthese mehr machen, wie er das hinkriegt. Aber wenn der Zeitraum kurz genug ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Also man soll den im Winter nicht gießen, weil es besteht die Gefahr, dass der dann anfängt zu faulen, wenn der zu nass ist. Und weil er ja quasi ein Kaktus ist, wird er dann einfach nur alle Blätter nach und nach abwerfen. Und dann kann man ihn irgendwann, wenn die Tage wieder länger werden, Richtung Frühling gießen. Und dann würde er neu austreiben. Also vorstellen kann ich mir das sehr gut. Er ist ja quasi eine Wüstenpflanze. Das war mein kleiner Exkurs zum Weihnachtsstern und zum Christusdorn. Vielleicht fragt ihr euch, warum der Christusdorn so heißt. Das liegt einfach an diesem Stamm, der erinnert, sagen die Leute. Der soll erinnern an den Dornenkranz, den man Jesus aufgelegt hat oder auch nicht hat. Das ist der eine Punkt, warum es so heißt. Und der andere Punkt natürlich, es ist auch wieder die Blüte in der Weihnachtszeit. Und darum bietet es sich ja an, einen, der in diese Richtung geht. Ja, jetzt kurz überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Tja, wie solltet ihr die Pflanzen pflegen? Generell nicht zu viel gießen. Achtet auf die Blüten, wenn ihr die kauft. Achtet wirklich auf die Blüten, wenn die Blüten innen drin noch frisch und in Ordnung aussehen. Wenn sie gelb sind und noch nicht braun, die Blüten, ich rede nicht von dem Brackten, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr noch lange Spaß an der Pflanze haben werdet. Okay, das soll's da... Ja, okay, ich wollte eigentlich noch einen kleinen Ausflug in den Garten machen. Ja, gut, mach ich das noch schnell. Ich hab jetzt keinen Plan, wie lange ich hier schon dran bin, aber mir kommt's jetzt gerade so vor, als würde ich heute ein bisschen... Vielleicht... Oh, ja, okay. Ich beeil mich. Ähm, also im Garten gibt es auch noch zwei Euphorbien-Arten, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt oder auch nicht. Eine ist so ein Unkraut, würde ich mal sagen. Also ich kenn's nicht als Zierpflanze. War wächst bei mir im Garten als Unkraut. Ist auch recht unkompliziert. Also Unkraut ist vielleicht zu hoch gegriffen. Man reißt sie halt mal raus, wenn sie einen stört und dann kommt die auch nicht wirklich wieder. Natürlich hier, ab und zu mal da. Ja, wie sieht die aus? Ich würde sagen, wenn ihr euch die Blüten vom Christusdorn angeguckt habt, dann kommt ihr schon ein bisschen eher darauf, wenn ihr die im Garten seht, die mit dem in Verbindung zu bringen. Und ansonsten, von der Wuchsform und so, muss ich wirklich sagen, guckt euch eine Dillpflanze an. Ich weiß, das ist jetzt wieder so ein sehr gewagter Vergleich, aber ich finde, man kann den wirklich machen. Also die Blüten sind auch dolgenförmig angeordnet und die Blüten haben auch diese gelbgrüne Farbe, beziehungsweise nicht die Blüten, die Blüten sind ja sowieso klein gelb unscheinbar, aber die Bracktenen, die Hochblätter, die drum herum liegen, die jetzt beim Christusdorn hier entweder ins Weiße gehen oder ins Rote, die sind bei dem Gelbgrün, wie man das vom Dill kennt. Und sie sind auch so doldenförmig angeordnet wie der Dill, war natürlich kein wirklicher Vergleich mit dem Dill. Das ist die eine Sache. Wenn ihr den seht und euch nicht ganz sicher seid, es gibt einen Trick, wie ihr es ganz schnell rausfindet. Brecht einfach ein Stück ab vom Stiel und wenn dann weißer Milchsaft rausläuft, die Wolfsmilch, dann wisst ihr, dass es ein Wolfsmilchgewächs ist und dass es sich um das Richtige handelt. Zumindest wenn wir noch alle anderen Sachen und Merkmale, die wir gerade so aufgezählt haben, gegeben sind und man überhaupt erst auf die Idee gekommen ist, dann wird das schon passen. Ja, dann gibt es noch so einen dreikantigen, eine dreikantige Wolfsmilch. Die könntet ihr auch auf der Fensterbank haben. Das ist die Euphorbia trigona. Ja gut, ist Geschmackssache. Sie sieht interessant aus und ist dann eher eindeutiger ein Kaktus. Aber außer interessant aussehen, ich weiß nicht, da würde ich mir lieber einen Christosdorn auf die Fensterbank stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dann gibt es noch einen im Garten. Das ist, die haben so ganz kleine weiße Blüten oder es sieht so aus, als hätten die kleine weiße Blüten und die erkennt ihr dann wiederum an der Blattform. Da ist nämlich die Blattform genauso wie sie auch bei dem Christosdorn ist. Ja, das ist vielleicht ein bisschen interessant. Der Weihnachtsstern hat da irgendwo eine etwas andere Blattform. Der wird ja auch Weihnachtsstern genannt, weil die Hochblätter oben, wenn sie da so einen Ring bilden, aussehen wie ein Stern oder daran erinnern. Da gibt es halt noch diese mit den kleinen weißen Blüten und die hat verschiedene Namen. Aber die heißt immer irgendwas mit Schnee, mit Frost, mit Winter. Die kann man irgendwann im Herbst kaufen. Die haben solche Namen, meistens in Anführungszeichen. Das heißt, das ist die Sortenbezeichnung. Das sind wahrscheinlich junge Züchtungen, gehe ich mal von aus. Die Namen sind dann irgendwie so, schlagt es einfach mal nach, irgendwie Frost, White Frost, White Snow, Frosty Snow und so in diese Richtung alles Mögliche. Ich hatte es eben vorgeschaut, eben noch nachgeguckt, aber jetzt ist es natürlich, habe ich es mir nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, könnte ich mir merken. Ich glaube, Frost Diamond hieß noch einer. Aber, ja, das passt auch alles. Also es sieht so ein bisschen aus, die Blüten, als wäre da Schnee drüber gefallen, als wäre da so rauhreif drüber. Wenn ihr es seht, wisst, habt ihr bestimmt sofort die Idee, dass es das ist. Wenn ihr im Laden nachfragen wollt, findet ihr das bestimmt auch einfach. Da wissen die Verkäufer dann wahrscheinlich, was ihr meint. Wenn ihr sagt, dass ihr eine Euphorbie sucht, die die kleine weiße Blüten hat und für einen Garten ist, dann müsste eigentlich der Verkäufer Bescheid wissen. Naja, man hat ja schon so vieles erlebt. Ähm, ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ja, das war es dann wirklich. Vielleicht noch zu dem Milchsaft. Also, akut ist die Gefahr wirklich gering. Ihr solltet nur den Milchsaft nicht in offene Wunden, in eure Augen, in eure Nase, in euren Mund bekommen. und insofern natürlich, wenn ihr mit Haustieren oder kleinen Kindern zu tun habt, ist besondere Vorsicht geboten, weil Kinder stecken schon mal gern ihre Finger in den Mund und so weiter und so fort. Und ja, Haustiere habt ihr ja überhaupt keine Kontrolle drüber. Es sei denn, ihr habt so einen super gut erzogenen Hund. Aber das will ich sehen. Aber erwachsenen Menschen wird da nichts passieren. Was nur jetzt aktuell irgendwie gerade erforscht wird, ist, es gibt den Verdacht, dass bei Kontakt irgendwie Hautkrebs ausgelöst wird, falls schon eine Anlage dafür vorhanden ist, dass das begünstigt wird. Also so akut ist die Gefahr wirklich sehr gering von diesem Saft und für Erwachsene quasi gar nicht gegeben. Aber neuere Forschungen scheinen ja zu zeigen, also gerade wenn es so langfristig ist. Und natürlich, es kann immer Allergien auslösen. Das wäre eine ganz normale Reaktion. Ja, und jetzt scheinbar auch Krebs. Okay, aber man kann ja vorsichtig sein und damit wirklich auch erwachsen umgehen. Und das war es von mir. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit euren Weihnachtssternen. Den Weihnachtsstern oder auch den Christustorn würde ich nach Weihnachten auf keinen Fall entsorgen. Auch wenn der Weihnachtsstern ja, erst wieder blüht, wenn die Tage kürzer werden. oder wie die Leute oft ganz überrascht berichten, wenn man dann irgendwann aus dem Sommerurlaub kommt und man hat den Weihnachtsstern irgendwo in der Kammer vergessen, dann passiert das auch. Da sind die Leute mal ganz verwundert. Jetzt habe ich den so schlecht behandelt und dann fängt er an zu blühen. Ja, ist halt so. Wenn man weiß, warum und ihr wisst jetzt ja, warum, dann kann man es ja verstehen. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Netz Kaiser. Schreibt mir nur bitte noch in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, ob euch das interessiert. Ich bin im Grunde genommen noch gerade dabei, nach einem Namen zu suchen. Ich hatte mir was überlegt, aber das gibt es schon und darum bin ich am weitersuchen. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Netz Kaiser.